Kannst du es sehen, mit dem wir den Eibach haben? Auf geht's! Schönen guten Morgen! Wir freuen uns, Sie zur Baltrum Menta 3.0 begrüßen zu dürfen. Seit 2008 schlummert das Tornröschchen der Nordsee den Kulturschlummer. Und im Laufe des Tages hoffen wir, mit Beteiligung der Tour-Kurgäste, Baltrum aus diesem Schlummer retten und reißen zu können. Zwischen 10 und 17 Uhr sollen hier Projekte auf dem Platz vor der Kurverwaltung entstehen. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie parallel zur Documenta 13 in Kassel, heute um 17 Uhr, zur Finissage auf dem Platz des himmlischen Friesens begrüßen können. Also, nehmen Sie sich Zeit, kommen Sie vorbei und schauen Sie um 17 Uhr vorbei, was hier entstanden ist. Vielen Dank!